Willkommen zurück bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2, die Wiederbelebung DLC. Und wie ihr seht, wir haben in der letzten Folge mit unserer Tochter Zay und Shrift, der jetzt gerade irgendwo anders rumschwirrt, diesen Raum hier gesichert, auf irgendeinem Sternzukreuzer, der im Hyperraum rumfliegt. Ah, ich bin mal gespannt, was ist, wenn wir jetzt hier hacken. Theo, hack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. Platzieren wir die letzten Ladungen. Und dann ab zur Widerstandsbasis. Eins Klicklinge bei der Kommunikation. Alle sofort Nordwind. Aha, bei der Kommunikation also. Mhm. Okay, also Reserve. Reserve. Geh nachher. Hey, da ist wieder diese kleine Putztroide. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier hinweg gehen. Oh, zum Steuerbordkammler. Handregel hier geortet. Müssen wir jetzt hier hin? Oh, da geht's sehr tief runter. Ich würde mal sagen. Okay, da wären wir auch rausgekommen. Na dann schnell hin. Das ist die Heiden, die ich kenne. Mutig. Unberechenbar. Benutzt deine Waffe. Los, benutzt deine Waffe. Say. Alles okay. Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Nein. Er hat uns getroffen. Dieses Schwein. Ich hab's genau gesehen. Komm schon, See. Komm schon. Aber wahrscheinlich bescheid ist es ja gut zu gehen. Danke. Alles okay? Bin okay. Du. Bestens. Bring dir's zu Ende. Stoppen wir dieses Schiff. Mom. Mom, dort. Wir haben das Geschäft. Hey, Mom, was ist los? Hey. Nein, 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 er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mom, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, Mom, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu. Du, du, du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt nicht? Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Ich habe mehr Angst vor dem Scheitern als vor dem Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Hör zu. Wir kämpfen. Damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Mom. Mom. Ja, und da geht nicht nur Aiden, Börse hier hin, sondern auch gleich die Starkiller Base. Was für ein Zufall. Man wissen ja auch genau, wo ungefähr dieses Ding zeitlich anzusetzen ist. Nämlich am Ende von Episode 7. Interessant. Wirklich interessant. Zay, seid ihr da? Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir müssen nämlich weg. Ich bin allein, Triff. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat es geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Sektor-Sicher-Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Komm. Kein Kontakt. Hier spricht Triff Sogar. Freigabe-Code 73-Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber, aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Triff, ich hab Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Mab. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber... Der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde. Habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren. Aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Das war Star Wars Battlefronts bei Die Wiederbelebung, das DLC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir uns nicht in einem Multiplayer-Modus wiedersehen, dann hoffe ich, dass ihr bei dem nächsten DLC wieder dabei seid. Bis denn.